Ja. Perfekt! Perfekt. Was? Was? Ich bleib bei euch. Wo geht der lang? Rechts. Können wir? Oder ich wollte vielleicht links auf den Hügel. Was mein hier? Ja, dann das links auf dem Hügel. Okay. Dann kann Joni ja links weiterfahren. Oder er bleibt bei uns. Oder lass doch rechts, weil die fahren alle links. Ja, stimmt. Das ist Quatsch, weil wenn die gleich von der anderen Seite kommen... Ja. Das ist Quatsch, ne? Dann lass mal lieber diesen Focal Ciscade. Hm? Da wird hier noch. Die kommen auch glaube ich alle von der anderen Seite. Ich fahr hier rechts noch mal ein bisschen weiter. Schneller! Pass, ey. Ne doch, die sind alle auf der... oder ein paar zumindest auf der linken Seite. Okay. Oh, hier rechts kommen auch zwei. Jo. Ja, ist es. Joni, geh nach vorne. Komm gleich über den Hügel. Holt sie euch. Ups. Jens, ich wollte mich da nicht hin. Ja, ich weiß nicht. Krass da oben. Drei Stück. Wo wart ihr? Ich bin gleich weg. Ich... Mein... Mein Fahrzeug hat sich scheiße lenken lassen. Ich hab Jens den Weg versperrt. Da seht ihr. Da seht ihr, warum mein Rank so kacke ist. Seine Profis, Alter. Geh mal nach vorne. Komm, lass dich töten. Ja und ab. Jetzt nur noch im Rückwärtsgarten. Ja, wenn du erstmal deine Dinger verschossen hast oder die nicht down gekriegt hast, die dich verfolgen, dann bist du richtig wie dem Arsch. Das meine ich. Dann wirst du so nach und nach alles weggenatzt. Jo. Sehr klasse. Trotzdem noch einer. Tja. Dann fahr ich jetzt mal rüber. Fahr mal Captur'n. Genau. Sneaky. Aber wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein. Eis. Auf die Eisplatte. Richtig. Noch sieht's gut aus für uns. Stimmt eigentlich. Ja, das sieht richtig gut aus für uns. Außer, also für Jens. Nicht für Jens, aber. Ich aufs Eis. Oh oh. Genau. Wenn dir der rechte Reifen noch weggeschossen wird, sieht's aber düster aus. Ja, Mann. Hast du Lenkreifen noch? Ja. Hast du nur Lenkreifen dran? Ich hab nur Lenkreifen dran, ja. Sehr gut. Oh, wenn ich jetzt noch zum Captur'n kommen würde, oh Mann. Ja, dann kriegst du hier keinen Punkt mehr, oder? Doch. Oh, den letzten kann der noch kriegen. Ne, der schafft er nicht. Ne, leider nicht. Ah. Tade. Das ist der Focal Cascade. Das war der einzige, der erst rechts gegangen ist, als wir dann hinterher kamen. Was hat der denn gemacht? Ist geflogen, ne? Hast du noch gekriegt? Äh, ich guck mal, warte. Ne, leider nicht. Alter. Es hat mich gerade 3151 oder so gekostet und ich hab nur 2000 eingenommen. 100 von Robert Points. 200 hab ich dadurch verdient, insgesamt mit den Repair-Kosten. Fuck. Tja, und ich hab nen höheren Rank gekriegt. 56? Bei mir stehst du immer noch auf 0. Bei mir steht 393. Aber ich hab 100.000 verloren. Wieso ist Joni nicht dabei? Wollt er nicht? Weiß ich nicht. Mobbing-Runde? Mobbing-Runde. Okay, lass mal ganz typisch Sniper-Hügel. Das ist mal doch Mann! Oh, wir haben 2 8 da als Gegner. Ist schlecht. Alter, hier ist einer komplett in weißem Stein. Kannst du den nicht einfach wieder auf Tier 6 runter bauen? Boah, Alter. Echt, mach mal wieder auf Tier 6 runter. Ja, aber dann... Ich weiß nicht, wie ich da... Nein! Hä? Daher hat er mehr als 6 dran. Was? Oh Joni! Noch nicht mehr. Doch. Tatsächlich. Hä? Das sind keine Rail... Das sind das Railcans? Ja, aber dann bringen wir als 6 nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 5... Ja, aber sind nicht alle geladen, siehst du das? Ja. Wo unten fliegen da? Oder? Oh, die kommen aber hier alle ganz nahe. Unten. Durch den Canyon. Ja. Oh, der Typ nervt der... hart, Alter. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich komm hier nicht weg. Doch jetzt. Jens, weg! Weg! Jens, die sind alle hier. Alle auf der linken Seite. Also rechts. Oh nein. Da wollte ich eigentlich auch runter, aber ich fall bestimmt um. Oder auch nicht, okay. Okay. Bist da links? Oh, yo. Oh, von vorne, von vorne, von vorne. Ah! Oh, kacke. Ich reiß das Ding. Ich reiß das. Oh, man. Da kommen richtig viele. Ja. Ich bin down. Gott. Oh nein. Oh, ich Idiot. Ja, ram mich doch einfach. Aber er hat keine Waffen mehr. Bleib einfach hier. Oh nein, da kommt noch einer. Erst auf dicke Hose machen und dann kommt Big Daddy, oder was? Ja, man. Damit kann doch keiner rechnen. Wieso schießen sie dir eigentlich die Waffen nicht ab? Weiß ich nicht. Und ich geh mal instant drauf. Er will drauf gehen, oder was? Oh, scheiße. Hätte sie ihm vielleicht die Reifen sonst. Aber versuch mal den Piloten raus zu schießen. Ja, toll. Ja, kacke, ey. Na ja. So viel mal zu den roten Dings und so, ne? Zu den roten Dings. Ja, das war ja mal ein Glorreich, ey. Oh, ich hab schwarzes Bild, wie praktisch. Oh, kommt doch an, auf welcher Seite man ist, ne? Nüch? Nüch? Ja. Ich muss mich kurz neu einloggen. Seid ihr durch? Ja. Ja, ja. Okay, ich auch gleich. Warte, du warst das denn noch am Leben, oder was? Nee, nee, nee. Ach nee, der war ja gar nicht im Gaming. Das war die Mobbing-Runde. Stimmt. Ach, das war richtig ne Mobbing-Runde. Ich will das ja eigentlich immer noch unbedingt ausprobieren mit so'n Helium-Teil unter den Pilotensitz und so, wenn da wirklich nur noch der Pilotensitz ist, dass du halt einfach abhebst und nach oben schwirbst. Schirbst. 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 Das ist ne geile Idee. Schirbst. 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 Boah, das hat mir 4500 Robot-Points gebracht. Yeay. Noch 25 Sekunden, dann ist Ranked Battle. Oh, dann lad ich euch mal schnell ein. Yo. 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 Du oller Chicks Terminator, ey. Oh, ja. Ja. Bist du Jesus? Äh, selbstverständlich nicht. Ich hab nur die Nummer mit dem Kreuz weggelassen. Ich glaub, das wird ziemlich uncool auf die Chicks, Junge. Sowas trägt doch heute keiner mehr. Das hat ganz swag, ey. Das wär heut zumindest mit LEDs besetzt. Ja. Außerdem trägt man sowas nicht aufm Rücken, sondern als Kette normalerweise. mit LED-Lampen dran, ja. Als LED-Lampen. Schwarzlicht. Okay, war das jetzt ein bisschen zu viel? Zu viel? Nein. Ich find das läuft... Rechts. Hier immer rechts. Hier immer rechts. Ja. Go on sides. Uh. Oh, er ist richtig motivierend, der Kette. Wir sind zusammen. To win. To win. Das schreibt echt viel. Da vorne kommt einer, da vorne kommt einer. Die hocken hier immer um die Ecke, ne? Kann das sein? Ja. So wie wir immer auf dieser Seite hocken. Ja, gut. Aber du weißt, was ich meine. Jens... Boah, 2 sind da? Boah, 2 sind da. Ajo. I know what you mean. Der Dicke geht vor, das find ich gut. Da kommt er. Na komm noch mal raus. Warum? Wie du dahin sneakst, Elter. Ich komm mal zu euch. Ich trau mich noch nicht so ganz. Ja, warte ich... Warte, warte, warte. Ich bin gleich da. Ja, fahrt mir doch in den Weg. Ja. Okidoki. Habt ihr das erledigt? Oder? Oh, hat ihr halt beide Ecke gekriegt? Er ist ja richtig der Affe. Oh, ich hab letztens wieder Planet der Affen gesehen. So, als Voreinstimmung auf den... Guter Jürghalter, guter Jürghalter, guter Jürghalter. Hallo, roter Faden und so. Den hat schon Herkules genutzt. Da oben ist ein Sniper. Oh ja. Hey. Geht doch... Ich krieg hier keinen Kill, Alter, weißt du? Ich auch nicht, aber... Dann hol ich mir halt hier anders die Punkte. Leck. Man spiel leckt. Hängt. Nein. Oh, da hinten ist noch einer. Was heißt für dich hinten? Oh. Oh ja, da ich seh's. In der Luft? Nee. Hinter dem Stein. Er hat ja nur noch... Eine Kanuna hat er noch. Ja, Junge, jetzt musst du noch treffen. Oh, er hat mich getroffen. Hahaha. Ich mach dir jetzt hin, Junge, ich mach dich kaputt. Mach dich kaputt, Junge. Ja, ich capture hier weiter. Okay, hat er nicht. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Ah, wenn ich schon so keine Kills kriege, dann hol ich mir über das Capture die Punkte. Gar nichts los. Richtig. Neun Tech-Totals. Neun Tech-Totals.